Den Produktentstehungsprozess unserer Kunden zu verbessern. Die ISAP AG unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung im Produktentstehungsprozess. Die ISAP ist ein Lösungsanbieter für den Mittelstand und berät Unternehmen entlang des gesamten Produktlebenszyklus von der ersten Idee bis zum finalen Produkt. Die ISAP bietet Softwarelösungen im Bereich des Produktentstehungsprozesses ihren Kunden an und Dienstleistungen dazu. Wir vertreiben Dienstleistungen und Software, um die Kundenprozesse zu optimieren. Die ISAP verbessert Produktentstehungsprozesse. Ich wäre Solid Edge, weil ich kreativ bin und konstruktiv arbeite. Ich wäre vermutlich HPLM Smart Variants, alleine weil ich das über Jahre begleitet habe, das Produkt, und dementsprechend da hinterstehe. HPLM Compact, weil es die CAD-Daten sauber und effektiv verwaltet und über den Workflow in verschiedene Statuszustände schicken kann. Team Center, weil es so verdammt vielseitig ist. Wahrscheinlich Kompakt, weil ich eigentlich tagtäglich damit zu tun habe, im Team Kompakt bin und das mir am meisten Spaß macht. Ich glaube, ich wäre Solid Edge. Das Produkt ist zuverlässig, vielseitig und anpassungsfähig. Ich habe das Bild ab, weil mans Vielen Dank.